Darf ein Computer-Spiel spielen, Brettspiele spielen, zum Beispiel Call of Duty spielen, also in Spielen, die Gewalt verherrlicht oder Gotteslästerung vorkommen, es ist eigentlich Sünde, aber wenn ihr ein Spiel spielt, in dem keine Gewaltverherrlichung, keine Gotteslästerung vorkommt, ist das kein Problem. Zum Beispiel, ihr könnt spielen, was gibt es, Minion Rush, da kommt keine Sünde vor und keine Gotteslästerung, oder ihr könnt auch spielen, Maintalking Tom, da kommt auch nichts von Gotteslästerung vor, nicht direkt, also, ja.